Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huncho Dawn, diesmal wieder mit Wurzgerlein. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huncho. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huncho. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huncho. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huncho. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huncho. Joop. 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 nicht verloren nicht verloren So, noch einmal impfen bitte. Wo laufen wir überhaupt hin? Wir laufen komplett verkehrt. Ah, gut. Die anderen machen sich auch gerade auf den Weg dahin. Oder zumindest in die Richtung. Mein In-Game-Voice geht irgendwie nicht. Warum haben wir? Er hat ja noch auf dem Kopf. Oh. Und dann ist da jetzt ein Fieberbrand oder wo liegt es? Wo? Irgendwo hier in der Richtung. Okay. Ja, das war ich. Nein, das war auch ich. Ich glaube hier laufen welche. Ja. Auf jeden Fall laufen hier welche. Ich habe das Fass hier vermint. Ja. 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 immer und ich glaube der hat mich gesehen und ich glaube der hat mich gesehen da haben sie den Stacheldrautting gemacht und ich glaube der hat mich gesehen kommt hinter dir welche, oder? so nichts ich dachte ich hätte da Krägen gehört irgendwo aus der Richtung ich glaube da muss ich erst zurück jetzt wo die Sicht haben jetzt kommen sie her ich bin bei mir ein Geldsäckchen ich bin dort ich bin genau bei mir rein ich habe ihn gesehen, da ist er hinten in der Hocke ich schieße schön auf mich kommst du die hoch? schön und der andere der liegt hier einer ist da und der andere ist da drüben das wird leider irgendwie die Hals loswerden ich habe keine Ahnung ob die da irgendwo rausgucken können und da ist natürlich die Türen sich auch da drüben muss man aufpassen da gibt es ein Loch an der Seite Vorsicht naja eine Tür wurde öffnet ganz links an der Seite oben oben links da häng ich da an so einer blöden Kante fest ich glaube es nicht kommt schon wieder was geflogen ich treffe mit diesem Knife-Block nichts so gut habe ich bis jetzt auch nicht getroffen von mir leider nicht meiner ging daneben so gut aber guck 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 wenn ich alles täuscht kann man sagen draußen müssen ja anders denn nun direkt hier er blutet auf jeden fall ich würde auch schön meine kanade gefreffen schön Ich hab das Segen, Junge. Das ist ein Segen, Junge. Das ist hier oben der Hände. Hier oben der Hände. Ich versuche mal, ob ich hier durchs Fenster gucken kann. Sehr schön. Okay, kann ich nicht fallen. Ja. Wenn ihr Felz gekriegt, also. Ja. Wir würden die Fische einmal verzerrt. Ja, kann man mitnehmen. Ja, auch noch mal. Ja. 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 Wir hoffen, dass alle Teams raus sind. Ja. Na gut. Und wehe, einer kriegt jetzt alle drei ab. Ja. Ja. Auch die Headshot kam links am auch abgeschossen. Ja. 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 Mh-hm. Kriegen wir safe. Giftspritze. Hier gibt's ja nichts. Dann hab ich ja gekriegt. Oh ja, weg damit. Wir wissen mal, was da im Ding lag. Was? Ach ja. Ach, wir gehen, hätte ich müssen ausdauern. Ich hab bestimmt heilt das große Mist. Zwei Sprüche auf den Kopf, ich mach mal. Wenn wir bis 23.15 Uhr spielen, hab ich mal 1.000 Stunden voll. Nee. 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 Wenn wir vor 23.15 Uhr aufhören. Nee. Dann muss das schon richtig scheiße laufen. Aber ich werd verparen, hey. Muss für ein C basieren. Moment, ne, ist jetzt Heilkraft aus dem Kack? Hm. Wie gesagt, was blau ist, wär schön. Ja. Da liegt noch. Hm. Und da liegt noch. Komm, da ist noch ein Dicker. Mal neu. Ja. Ja. Ich seh ja nix. Unabredlich. Ja. Ja. Dann sterb ich wer auch zu viel verlangt. Ja. Und da. Ich mach mal eben den da. Ist'n der oben oder was? Ja. Der ist tatsächlich oben. Guck kurz. Ich hab ihn schon mal aufgeregt. Ja. Du bist auf mich sauer. Ja. 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 Der Windhund. Hilf beim rauslaufen. Der Windhund. Ja. Was ist das? wo sind wohl die anderen zwei teams oder drei teams mit zeugen siehst du ja Warum? Warum immer so krass? Warum? Warum machen die immer so krass? Jetzt hat er mal wieder nicht zugestochen. Hallo, Zambie! Aber die Zombies machen Krach. Hm. Warum ich bei allem den Einschutzer kriege? Das ist richtig. Feuerwerk zum Abschied. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020